Moin, Ulf hier. Ja, willkommen zurück zu einem neuen Video oder eher gesagt einem kurzen Announcement, einer kurzen Ankündigung. Das ist das deutsche Wort, das ich suche. Ich habe mit dem guten Högel von Smart Tactics ein kleines Projekt, was euch vielleicht interessieren könnte. Und zwar haben wir einen Podcast aufgenommen. Ich werde die Links in die Beschreibung von diesem Video schreiben. Wir versuchen es auf Spotify hochzuladen. Ich kann euch aber noch nichts versprechen. Es wird bei ihm auf dem Kanal als Video kommen, was natürlich ein bisschen suboptimal zum Anhören ist. Aber gut, was will man machen? Wir schauen, dass wir das irgendwie auf Spotify kriegen. Dann können sich das, glaube ich, die meisten anhören. Ich wünsche euch schon mal sehr viel Spaß damit. Es ist, glaube ich, im deutschen Sprachraum eine einmalige Sache. Ich glaube nicht, dass es einen deutschsprachigen Podcast über Squad gibt. Wir werden über verschiedene Themen reden. Wir haben uns in der ersten Folge erst mal kurz vorgestellt, wie wir in Squad reingekommen sind, was für Veränderungen es gab in dem Spiel in den letzten Jahren. Und da kann man vor allem davon profitieren, dass der Högi das Spiel seit 2015 spielt und er praktisch alle Versionen von Version 0. irgendwas mitgespielt hat, wo das Spiel wirklich noch kein Mensch kannte. Und ja, sind dann am Ende zu einer Diskussion gekommen, ob denn Squad mehr in die Realismus- oder in die Casual-Ecke sich in letzter Zeit entwickelt oder nicht und haben darüber halt kurz geredet. Ich will dieses Video auch gar nicht so lange halten. Hört euch den Podcast an. Ich wollte schon fast sagen, schaut euch den Podcast an. Aber man hört natürlich einen Podcast mit den Ohren. Und ich hoffe, es gefällt euch. Lasst uns da auch Feedback da unter dem Video, unter dem Video des Podcasts bei Smart Tactics oder wo auch immer. Wir versuchen da ein bisschen Feedback einzubauen. Nehmt bitte Acht, dass es unser erster Podcast war, den wir überhaupt jemals aufgenommen haben. Das ist auch der erste, den wir zu zweit aufgenommen haben, den wir direkt veröffentlichen. Wir haben keine Pilot-Versionen für uns gedreht oder aufgenommen. Ich wünsche euch damit viel Spaß in diesem Sinne. Adios. Ciao, ciao.